Herr Buchsoit, Sie haben den Smart Solution Award 2019 gewonnen. Jetzt ist die erste Frage, Sie haben die Logistik revolutioniert mit Ihrer digitalen Lösung. Was ist jetzt das besonders smarte daran? Also ich glaube, wir sind sehr gut mit Daten und mit Kunden. Das heißt, wir können sehr, sehr gut, sehr komplexe Transaktionsdaten umändern, ummünzen in Customer Experience. Also wirklich halt, was Kunden eigentlich wollen, was Kunden eigentlich erwarten. Und damit halt einfach unseren Kunden helfen, halt aus ihren Prozessen halt sehr glückliche Kunden zu machen. Wie überrascht sind Sie über den Gewinn? Sehr. Wir gewinnen sonst nie. Wie sehen Sie jetzt die Umsetzungschancen, beziehungsweise den Weg zur praktischen Umsetzung? Sehr gut. Wir machen das jeden Tag. Also wir haben heute schon über 350 Kunden weltweit in 38 Ländern. Jede Woche kommen neue dazu. Also da sind wir jeden Tag dran. Was ist so der nächste Schritt? Wir haben zwei große Themen. Zum einen wollen wir unser Produkt auch internationalen Kunden zur Verfügung stellen. Also jetzt weg aus Deutschland, aus UK, wo wir heute jetzt schon sind, hin mehr in andere Länder. Das ist mit Sicherheit ein großes Thema bei uns. Das andere ist einfach unser Produkt, unsere Plattform größer zu machen. Das heißt also mehr Features anzubieten, die auf der einen Seite die Kunden noch weiter unterstützen, halt den Prozess noch reibungsloser machen. Und auf der anderen Seite für den Händler halt noch mehr Engagement, noch mehr Kundeninteraktion, noch mehr Kundenzufriedenheit generieren zu können. Sie haben ja schon ein paar große Kunden, aber welche minimale Größe braucht denn ein Kunde, um Ihre Produkte einzusetzen? Es gibt keine minimale Größe für guten Kundenservice und Customer Experience. Wir mögen allerdings sehr komplexe Supply Chains. Also internationale Händler, viele Marken, viele Dienstleister, verschiedene Datenquellen. Da fühlen wir uns richtig wohl. Ansonsten kann ich es jedem empfehlen, so etwas zu machen. Herr Buxfeld, wo kommt der Preis hin bei Ihnen in der Firma? Auf jeden Fall in meinem Büro und auf jeden Fall ganz oben ins Regal. Dann vielen Dank und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Klasse. Klasse.